Und das kennst du mit allen aus, ey. Ja, Babyflaschen. Naja, auf jeden Fall diese, also nicht die Babyflaschen, sondern diese Trinkflaschen, diese so mit diesen zwei Griffen an der Seite, womit das Kind so langsam selber trinken lernt. Okay, die Babyflaschen meinst du? Ja, nee, also es gibt ja Babyflaschen mit diesen Saugdingern und es gibt halt die normalen. Und es gibt auch noch einen Showdown mit Uni und Böde. Und Babyflaschen. Genau, und das wollte ich dem Kollegen zum 30. schenken. Und wir standen da bestimmt eine Viertelstunde vor und neben uns so das Regal eingeräumt. Ja, was wird ihm denn wohl gefallen? So hier mit Dinos oder mit Flugzeugen und so, ne. Und die dann irgendwann so, ja, ja, so und so, ne, das und das. Das ist, äh, erfahrungsgemäß haben wir da ganz gutes Feedback gekriegt und so, ne. Und ich hab halt echt gedacht, so, irgendwann fragt die so, wie alt ist denn das Kind? Und ich so, der wird jetzt 30, ne. Ihr seid leider nicht gefragt. Wir wollen ihn langsam an Bier gewöhnen. Kann man denn auch gut Bier da rein schütten, weil er schläft immer so unruhig? Ja, das ist ja die Frage, bist du so. Hält das auch harten Alkohol aus? Schäumt das Bier eigentlich auch so da drin? Weil in der alten Flasche hat er das mal so geschäumt und das mochte der nicht. Und dann schläft der auch nicht so gut, wenn das Bier so geschäumt hat. Richtig. Und wie soll ich mir wissen, Cola? Ja, wow. Hier rennt die da vorbei, ich kann das letztes. Und ich krieg die da komplett, ne? Das war ich auch mal gut. Das war gut, das war mit mir. Ich hab' mir vor, dass du mir jetzt abbekommst. Oh, da ist die nächste Hive, ernsthaft? Das ist ein Hive. Ja, ich bin gleich tot, ne? Wenn das... Warum? Müffel weg. Du solltest dir doch endlich mal diese Spritze mitnehmen. Nein. Mach's auf Prinzip nicht, oder was? Ja, dann kann ich ja kein vernünftiges anderes Zeug mitnehmen. Klar. Was könnte vernünftiger sein als eine Spritze? Oder den Hinweis, oh, ich sterbe gleich. Dynamit, Feuer, Chokebomb und Heilo. Ich bin nimmst du mal mit. Maxis Nelgon. Und den. All das. Toll. Lass die Chokebomb da. Ja. Die Chokebomb. Die Chokebomb. Die Chokebombe. Ah, geil. Wer will spielen? Ne, ich spiele ja normalerweise nicht so, dass ich ne Hive unbedingt trigger, deswegen. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, das ist immer, wenn du dich dabei bist, aber mach ja nicht. Bei Blöde bin ich immer getriggert. Wer ist das nicht? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber Kotax ist vorgerannt. Was ist denn? Ich lebe noch. Ja, ich auch. So, ist doch gut. Ich wollte es einfach nur mal sagen, ich lebe noch. Hat nichts damit zu tun, aber... Warte mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ne, es wäre zu weit weg, oder? Ob der, äh, Clou gerade kurz laut war. Ich weiß nicht noch, wo der Clou ist. Andere Seite. Ne, zu weit weg. Ja, ne. Ich höre nicht darauf, was Bödesort. Oh, der ist ja noch richtig weit weg. Nö, nö, dieses Gesicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warte, lass mich ein Clou nehmen. Ich hab recht. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte sie ja konzuliert, aber... Mach, ha, ha, ha. Oh, kommst du hier? Hallo, kommen Sie? Ha, 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 ausgedrückt. So, geh mal hin. Windy. Erstmal Windy. Windy, schmini. Windy, schmini, die Würstchenkette. Windy, schmini. Oh, ne, jetzt auch die Spiele. Hier Spinni? Spinni. Es ist Spinni. Es ist Spinni. Was? Was? Achtet mal drauf ob es laut ist. Ähm, Gegner. Ja, ist laut. Schon gesehen oder? Ne, nur gehört. Wo? Könnte in der weißen Hütte sein, nicht hundertprozentig sicher. Achso, durch den Boss gehört, ne? Ja, ja. Nur in dem Boss. Ja. Ich versuche näher ans. Oh, scheiß sind Hunde. Ach, ihr wisst zumindest wo die sind. Äh, Haus, Haus, Fenster. Einmal gehen. Wo, unten? Unten rechts. Der hat uns schon gesehen gehabt. Da, ne? Wir sind Haus, Haus, Fenster. Ei, 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 ei. Kommt der rein, weil sonst mach ich nicht zu. Der ist oben am Dach. Ich hab nix treffen noch. Ich komm rein. Hat nen Hit. Ist er noch am Dach? Ist er noch am Dach? Negativ. Musste sie doch nicht runter wegen der Heilung. Ich mach ne Falli an der Treppe. Mach zwei fahren an der Treppe. Okay. Man soll nirgendwo durchgucken. Was ist denn? Weißt du, ob du noch am Haus bist? Nee. Steps. Ich glaube Steps neben uns. Wo neben uns? in die Richtung. Äh, Ossen. Ich würd nicht sagen, neben uns im Gebäude. Sorry. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube schon, oder? Scheiße, bitte nicht. Hinweis ist laut geworden, ja. Hat einer was rüber geworfen? Ja, Gift. Okay. Ich komm mal nach oben. Wollte ich falle an der Treppe? Ja. Vielleicht kann er so nix sehen. Pass auf, da ist Fenster auf. Rechts. Oh. Wow. Wisst ihr von wo? Ich glaube aus dem Haus wieder. Das klang eben von links irgendwie. Als wenn er da durch den Schlitz geschossen hat. Oh. 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 Heißt du äh. oder welche richtung ja könnte das neue gekommen sind sehr wahrscheinlich sogar oder um das fenster auf habe ich ich muss aufpassen der liegt da das war ich hat kann es markieren oben am fenster dahin hat unten eine tür aufgemacht war eine falle von euch ja ich sehe das fenster leider nicht ich sehe es das hier hinten meinst du ne ja ja genau ja ja das sehe ich ich muss den typen da hinten im auge bald ich glaube ich schon aufkommen oder oder linke 2 der steht halt schon wieder der ist hinterm holz hier ja liegt wieder alter ja ja und dann wird auch noch hinten rum ich habe jetzt schon zu nachladen ich lade weiter nach ich würde mich mal wegbewegen ja ich brauche unbedingt mal muni hier unten ist noch welche oder hier ok ich gehe mal ganz schnell nach unten ich gehe mal hinten zur seite raus ist noch hier oben geht wieder zurück ist wieder zurück gerannt scheiße die sind zu zweiter drin einer liegt tot immer noch achso guckt schon einer ok ja ist der hinweist aber noch laut ich höre ihn gar nicht ich höre ihn von hier oben auch nicht dann können wir auch nicht mehr hören dann können wir auch nicht mehr hören dann können wir auch nicht mehr hören ja klar siehst du die? ne 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 ich schieße nur ein paar Fenster auf dass wir reingucken können der Kollege muss eigentlich immer noch da liegen kann auch sein dass der gar nicht mehr geholt werden kann weil ich hab den glaube ich schon zum dritten mal gekillt ah ok ja steht da hinten um die ecke steht da hinter rennt gerade weg unten ja? ja unten hinterm zaun kann sein dass er nur eine ablenkung ist lass mich nach vorne also ist dich vom haus war der? ja 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 das ist eine ablenkung ja ich gucke aber da vorne passiert nichts das ist genau hier war der ne? ja ok vorne passiert immer noch nix eigentlich müssten die jetzt warten bis die komplett gebanished haben und dann nehmen die auf haben die glaube ich auch vor ich glaub nicht dass die vorher großartig was reißen wollen oh shit naja was hab ich denn heute mit meinen Tücker ich guck mal so schnell auf die linke Maustaste ich hab ja gerade an der Tür aufgemacht äh ich weiß nicht sagen wir für eine Schiebetür ne das ist ein Windrad ah ok ok ich komm jetzt zurück zu euch da sind wir gleich durch eigentlich müsste ich gleich mal einen Huni noch bekommen seht ihr die? ne das war nur was ja oben ich glaube ich hab den Headshot gegeben durch die Wand er hat geplatscht und ich bin durch die Wand ok alter die Uppercut ist so OP die ich brauch den ich echt mal einen Huni nachschub hier drüben im Nachb大家 ey die sind raus die sind raus was die sind raus die haben gar nicht mitgenommen sie sind die anderen ne die kommen alter verarsch mich doch jetzt nicht ich kann jetzt nicht mehr laufen das sind die anderen nicht kommen hier ja das war glaube ich oben richtung ich bin draußen südosten habe ich irgendwie was auf dem dreck laufen hören eben ja ich glaube dass ich rein wo hast du jetzt nie gesehen östlich bitte pingen im nebenhaus ok da drüben drin zwei ein ne einmal ich habe angst dass den einen das wiederholen aber die können den wirklich auch holen und ich das sehe ich habe es einfach mal hier drin gerade durch rechts neben der ausgangstür die anderen haben eine hälfte des weges hinter sich und wir sollten uns auf die andere seite positionieren dass man nicht zwischen denen hängen ja und aus also hängen wir genau zwischen denen sollte man ein bisschen nach osten gehen einfach dann schneiden wir denen noch den weg ab zum exit und stehen eigentlich zwischen denen einer ist hier dringend südlich der mit dem bounty der ist draußen schon jetzt haben wir hier alter das habe ich auch so gesehen jetzt haben wir drin hier glaube ich hier drinnen rumgelaufen also nach rechts die kommt von 33 euro irgendwo südlich ist ein mord team ist getriggert west west westlich keine ahnung wovon ich schau mal da rüber oh ja da ist einer außerhalb ja genau hier hinten hinter im prinzip da kommt ich also drücken nach muschen ja sind gar nicht irgendwie unten im wasser wenn ich mich nicht irre habe ich in norden enten gehört ach ich habe passt leute ja auf den unten kommt einer das bauntee wie ich der bau und auch kommen aus morgen und kommen ja an den kann die könnten zu dritt sein wir haben nicht von allen dann die sicht Ok, wir ziehen uns doch ein bisschen zurück glaube ich. Kann man eigentlich wissen, was der für Waffen hat. Ihr könnt ja alle looten, ich habe hier Dings. Coldplay Conversion Pistol und Springfield hat er. Ich denke mal, es war einer von dem Team oder? Von dem Spyder Bounty Team. Brauchen wir jetzt doch ne. Wo liegt ja? Hier oben. Oh, Vorsicht, kann ich mal äh. Danke. Ok, jetzt haben wir Bounty dahinten. Ja, kommt einer, hat einen Hit dahinten. Komm schon, sehr gut. Genau da liegt er. Das war der nicht mit dem Bounty, das war der dritte. Ok, nice. Ach scheiße, dein Pinger. Ja, die mit dem Bounty sind grad dahinten nach rechts gelaufen. Dahinter? Ja. Ist tot. Nice, da ist dann noch einer. Da ist noch einer hinter. Eigentlich muss ich pushen gehen, weil der will den holen wollen. Ich renne hin. Komm mit. Ist er direkt da, wo du gepinkt hast? Dahinter? Kann sich bewegt haben. Ja, läuft dahinten. Ist hier hinter, kann gleich von rechts kommen. LOL, da sind noch zwei. Einer vorne und einer links von mir. Direkt. Der müsste links an der Kante von dieser, diesen Erdhaufen sein. Die brennen mich ab. Wahrscheinlich, oder? Ne. Dynamit. Du brauchst keinen Job romersen, ne? Ne. Aber dann höre ich's ja, wenn sie dich. Achso. Ja. Dynamit kommt ja an. Direkt dahinter. Bitte keine Frag. Einer ist weiter rechts, ganz rechts, ja ne, doch nicht, doch nicht, alles gut, sind direkt vor euch beide. Einer ist hinter euch. Hinter uns? Ja ja, hinter euch, der mit dem anderen Bounty, der ist so südwestlich. Ach, der holt den, ne? Ja. Hol den. Direkt da, genau, ich glaub, dass du drauf guckst. Links würde, nice, sehr gut, der hat den schon geholt, aber, ah nice, jetzt, der brennt, los, das sind noch drei, es sind drei, rechts ist der andere, verdammt, ah ja, da treff ich den nicht. Nach der ersten einen geholt, dann den anderen. Ich hab' nur noch zwei Schuss. Scheiße. Da sollten wir doch mal echt wieder abpackeln vorher. Die kommen zu mir, oder? Ja. Ja. Ich bin ja mitten drin zwischen beiden. Hm. Ich check mal, eh, Map. Ja, das andere Bounty müsste, äh, genau da, hinter dem Wagen sein. Etwa bei Bild ist gleiche. Ich hab halt nur noch zwei Schuss mit dem Teil. Da war er. So langsam. Hast du nix mehr zu werfen? Der eine pusht dich nicht, der von hinten. Joke nur. Ja, dann hörst du ihn wenigstens. Naja, bringt mir auch nix. Der von hinten pusht nicht. Ich komm' halt nicht mal weg. Die sind ein bisschen weiter weggegangen, die mit dem anderen Bounty. So nach rechts zum Maprand. Vielleicht kannst du mich auch holen, ich weiß es nicht. Ja, aber das Problem ist, die werden zu dritt sein. Ich sehe einen von denen nicht. Ne, einer liegt nur vorm Zaun tot. Aber einer ist relativ, einer ist weiter hinten, einer ist weiter vorne. Einer wird wahrscheinlich mich ab-aimen. Versuch' mich einfach von der Seite zu beleben. Rechts, rechts. Ja, ich weiß. Versuch' mich zu holen? Mhm. Ach nee, haha, okay. Stopp' nicht. Der hat keinen, der hat keinen mehr. Ich weiß. Das ist ein Problem an der Sache. Komm zur Uni. Brink mir nix. Wow. Wow. Hab einen hier. Sehr gut. Kampfer rechts. Kannst du mich noch heilen? Rechts, da. Rechts war der, ne? Vor uns ist der. Und der hat nicht mehr. Der kommt hinten bei dir. Du bist auf. Du bist auf. Du bist auf. Du hast nicht getroffen. Genauso schlecht bin ich hier eben. Ach, komm schon. Oh, nix. Haben, haben. Geht denn, hier kommt nur mehr? Ich muss eben looten. Damit ich heilen kann. Vielleicht. Natürlich nicht. Ich kann dich heilen. Komm, ja. Okay. Bleib hier. Ich weiß nicht, ob ich dich gerade teile. Ich glaub schon. Ja. Ich glaub irgendwo da. Mit der Scheiße hab ich. Nee. Aber alles gut. Ich hab keine Ahnung, woher. Weil ich hab dir was geboten. Ja, alles gut. Ich hab ja ein bisschen leben. Drei Mann. Von ganz hinten. 2,40, 2,25, 180. Was war's? 2,20? 2,40? Ich muss grad. Ich, warte, warte, warte. Ich loot grad. Äh, Dings hier. Ja, ich hab da hinten einen gesehen. Oh, wir werden die Bonne nehmen. Zwischenbäumen. Hab einen. Sehr gut. Oh, der hat die Sparks. Doch. Ich kann. Ich push ein bisschen ran. Ja, hier hinten war einer gerade. Ja, ich hab die, ich hab die Aberkarte dafür. Okay. Du fasst auf. Ich muss die Aberkarte nachladen. Alter, wo bist du? Von wo? Äh, vorne vom Tor. Kannst mich eben heilen? Oh, warte, warte, warte. Ich muss nicht da hinwerfen. Äh, ihr kriegt bestimmt Munition hinter euch. Ist dieser, dieser Bunker. Dieser Erzübel. Die Mücken, die Mücken kommen grad zu mir. Scheiße. Der Haus ist kaputt. Dass ich auf gar keinen Fall zu mir kommen. Ich kann nicht heilen noch. Scheiße. Ungünstig beim Mückenhauen. Wo ist der? Dreck mittig drauf. Aufm Platz. Alter, wie schnell er mich gesehen hat. So doof. Ich glaub nicht, dass du mich holen kannst. Weiß nicht. Weil, damit ich auch Platz. Was? Ja, der eine endet mich ab. Hundertpro. Okay. Achso. Ne, das ist der ohne Bounty, der zu dir kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da links durch das Loch im Zaun. Dadurch habe ich gesehen. Soll ich sie riskieren? Täusche einmal an und dann. Alter. Einer könnte versuchen außen rum zu rennen mich zu holen. Ja, wir kommen hier hinten halt nicht durch. Ja, da ist halt ein Ende. Achso scheiße. Wir sind halt genau am Rand. Einer ist links, einer ist rechts. Ganz dahinten irgendwo war einer. Im Busch. Ja. Ich sehe ihn, da war er gerade. Gut, kann ich so nix anfangen. Glaube ich. War genau da vorne. Der linke ist interessant. Der Richtung würde es. Komm ich zum Böde hin. Ist der mit da am Feld noch irgendwo? Der müsste noch mitten am Feld sein, ja. Ja, ist er noch. Wo? Ping? Ja, dahinter genau. Ja, ja. Von rechts hat er auch geschossen. Hat ein Hit. Nice. Ja, der einzige ist, kann ich nicht so Böde hin. Das ist der einzige, ja. Der andere kommt jetzt auch nach. Hab ich. Nice. Was für ne Runde, Alter. Ja, der andere kommt. Kommt der zu mir? Ne. Könnte aber theoretisch seinen Mate holen, aber ich kann auch nicht viel machen, weil kaum noch leben. Ja, ich seh den. Der ist hinterm. Oh Gott. Guck. Das ist glaub ich der mit nem Bounty. Ah scheiße. Letzte Sekunde verballert. Ich seh den grad nicht. Ich komm mal zurück. Stück. Ich guck mal, ob hier ne Kiste, in ner Scheune irgendwie Mundi oder Heide. Wo ist der hin? Der ist immer da hinten. Künstler haste den einen Kollegen holt. Ah, hier sind wir jetzt Heilung. Und die sind immer noch in der Scheune drin, ne? Ne. Da liegt nur noch ein Bounty. Alter. Ich geh mal in die Scheune und versuch mal, das andere Bounty zu holen. Ich mach das. Von Nordwesten wurde ich angeschossen. Da ist er. Genau dahinter. Ja. Hat mich geltet. Immer auch dahinter. Könnt ihr erst, der seinen Kollegen holen will. Ja, vor mir. Ja. Ist jetzt rechts. Da so. Ja, wirft was. Ich hab hier das Bounty. Habe ich. Hast n? Nice. Ja. Hast du noch mal ein Bounty? Das war's. Oh. Ist alle tot. Ich hab's nicht einerschossen, ey. Ich hab's nicht einerschossen, ey. Ich hab's nicht geschossen, ey. Ich hab's nicht. 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 Hinten im Gebüsch. Ich hab's nicht. Böde. Irgendwo hier. bei meinem Looten. immer gekillt. Wurde noch an der Scheune rumgerannt. Stimmt. Wo wir noch in dem Haus waren. Stimmt. Da haben wir schon relativ viel gekillt. Dann wurden wir nochmal aufgehoben alle. Ja, ja. Also wir hatten ja das eine Team, was zuerst hier war, hatten wir ja schon bis auf einen Down. Ne, und dann kamen ja die anderen. Dann haben wir uns an die, ja, komplett auf die fokussiert. Und, äh, dann hat er ja seine beiden Mates wieder geholt. Und dann haben wir die ja nochmal gekillt. Ja. Stimmt. Und ich hab das alles gesehen. Cool. Unsere Zuschauer auch. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da raus. Hey, ich war Zuschauer heute. Wie geil ist das denn? Fast live. Genau wie die Zuschauer von unserer Folge. Ja. Ah, die Abwaggarten sind schon nett. Super nice, ja. Jetzt kommt einer, aber im Eco-Wicket ist uns allen dreien gleichzeitig nehmt. Genau. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. 100-Jahr-Feier. Ach, ich glaub ich bin 100 geworden. Kann das sein? Oh, das kann sein. Oh, das kann sein. Wie hast du mal? Echt? Hm. Ach, du bist echt ein Arsch, ey. Was ist? Wie kann man denn schon so gut sein und das erste Mal 100 werden? Ich will kacken, ey. Der Böder hat schon das dritte Mal seinen 100. Geburtstag gefeiert, ne? Wir haben schon 100 Mal 100 gefeiert, ey. So gefühlt, ja. Okay, spoilert mal noch nicht wieviel wir haben. Ja, jetzt muss ich erst mal zu Ende laden. Ich bin hier grad so nervös und... Du bist auch abgehackt und diskursiert. Ja, das kann sein. Wir können nochmal raus ran. Ich lade noch. So, da bin ich ja mal gespannt. Ich lade noch. Ich hab gesagt, die sollen nicht spoilern. Ey, ich hab einen mitgemacht. Ich hab einen mitgemacht. Oh, kann man mal machen, ne? Zwölf so. Zwei bessere, vier gleiche, zwei niedriger und vier deutlich niedriger. Jetzt bin ich mal gespannt, wieviel Kills ich hab. Wenn Böder sagt, er hat einen und wir haben zwölf Kills, dann schätze ich mal, ich hab fünf. Alter. Das ist unglaublich, ey. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, wieviel hatte ich denn? Gut, Tax. Glückwunsch. Ich hatte sechs. Meinst du dich vor kurzem noch zu mir so, du willst auch mal sechs Kills haben? Hatt ich Tax gesagt? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub ja. Ja. Braucht noch ein bisschen aufzuhören. Ja. Wieviel hattest du Böde? Einen. Ja siehste, hattest du doch einen. Ja. Ja. Und ich war dabei. Das ist doch voll cool. Auf jeden Fall. Ja. Und wer auch dabei war, waren zum Beispiel die Zuschauer. Falls euch die Runde gefallen hat und ihr sagt, boah, davon möchten wir noch gerne mehr sehen. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr vergessen. Also. Ne. Nicht nochmal. Ne. Ich glaub das war echt die epischste Folge ever. Ja. Folge 200. Danke fürs Einladen. Ja. Wir haben echt nicht. Okay, oh Scheiße das muss echt die 200 werden. Mach das. Mach das. Ja, bitte. Schön dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 200. War schön gewesen. Na ja. Du. Bis zum nächsten Mal zu Han Showdown Wir haben die Folge 200 Als ob